Erwecken Sie Ihre Ideen zum Leben mit diesem super praktischen, lustigen Skizzenbuch. 15 x 22 cm Hardcover, 490 Seiten und circa 3 cm dick. Die Broschüre verfügt über ein separates Cover mit weiteren Informationen zum Inhalt der Broschüre. Und das Cover ist glänzend schwarz. Die Informationen werden auf Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch beschrieben. Das Heft hat einen super praktischen Verschlussgummi, damit alles gut zusammenhält. Und natürlich ein praktisches Band, damit Sie sehen können, wo Sie mit Ihren Skizzen aufgehört haben. Und auf der Rückseite befindet sich ein praktischer Umschlag, in dem Sie beispielsweise Stoffsticker aufbewahren können. Das Papier ist extra dick, sodass Sie auch Marker verwenden können. Und die Seiten sind seitlich perforiert, sodass Sie Ihre Skizzen auch herausreißen können. Es enthält ein übersichtliches Inhaltsverzeichnis, sodass Sie die Beispiele leicht nachschlagen können. Die Informationen zur Broschüre sind auf Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch beschrieben. Dir fehlt die Inspiration? Kein Problem! The Sin Jeed Manch Idendrine – beispielsweise für Unterwäsche, Westen, Blusen und Hemden, Röcke und Kleider, aber auch für Hosen, Jacken, Taschen, Brillen und andere Accessoires. Es sind viele Zeichnungen darin, sowohl Damenmodelle, in gerader und runder Form, Herren- als auch geschlechtsneutrale Modelle. Insgesamt nicht weniger als 200 Modelle. Die Bilder sind bewusst nicht realistisch gezeichnet. Die Größenverhältnisse entsprechen daher nicht der Realität. Das gibt Ihnen alle kreative Freiheit. Und die Linien sind dünn, sodass Sie beim Skizzieren möglichst wenig auffallen. Am Ende des Buches sind auch Köpfe in verschiedenen Positionen abgebildet. Damit können Sie zum Beispiel Frisuren, Hüte, Brillen und Schmuck gestalten. Viel Spaß mit Ihren Kreationen! 1 7 9 10 Citizen Untertitelung des ZDF, 2020